Hi Leute! Herzlich Willkommen zur nächsten Übung der Kraftserie. Diesen Monat wollen wir uns wieder dem Gewichtheben widmen. Die Saison ist ja noch nicht ganz zu Ende mit den Meisterschaften, die anstehen. Da kommt es den Gewichthebern sicher zugute. Die nächste Übung ist Hangreißen. Als technische Regel für das Hangreißen gilt natürlich, die Hantel darf nicht vom Boden starten, sondern sollte sich auf Kniehöhe befinden. Je nach Technikleitbild, nachdem ihr trainiert, dürft ihr kurz oberhalb des Knies oder auch unterhalb des Knies beginnen. Wie üblich, wenn wir mit der Langhantel arbeiten, geht euer 1er M im Verhältnis zum Körpergewicht in die Wertung. Macht euch gut warm, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.